Servus Leute und herzlich Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Schaut euch mal um was für Scheißwetter heute ist. Wir sind mitten in der Wolke irgendwo auf dem Berg und sind hier hochgeschattelt worden. Und da geht irgendwo ein Trail runter und wir fahren da mal runter. Es windet mega, ist ultra kalt und wir fahren jetzt einfach los. Ich laber gar nicht viel und euch trotzdem viel Spaß daheim. Treppen. Okay, hier soll es losgehen. Aber es ist ein Scheißwetter heute. Alter. Also ich wische euch immer mal wieder die Linse ab. Weil ich glaube, dass es ultra spritzt. Was? Eigentlich musst du oben über den Stein gehen wollen. Ja dann geh weg. So. Haha. Trocken. Oder sauber. Nicht trocken. Alter. Was ein Gesiffel. Aber übelgeil. Ich will endlich wieder biken. Oder schon wieder biken nach gestern. Gestern war es ja schon ultra geil in Freiburg. Und heute sind wir jetzt bei einem Holger daheim unterwegs. Das ist ein paar Kilometer weiter südlich. Und ja. Wir fallen hier jetzt gerade so einen Weg runter. Der Berg heißt glaube ich blauen. Und genau. Wir gucken mal was heute so abgeht. Ich bin nur noch heute beim Holger. Ich fahre später wieder heim. Und jetzt muss Biken schon nochmal sein. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Wir gehen jetzt gleich hier mal. Checken. Ahja ok. Ahja. Okay. So. Jetzt fahren wir da mal hinterher. Okay. Works. Ey. Das ist geil hier. Und da wo der Wind nicht mehr so ist. Und da wo der Wind nicht mehr so ist. ist auch gar nicht so rutschig. Und nicht so kalt. Ah. Ah. Da war eine Wurzel. Da habe ich nicht weggerutscht. Hilfe. Okay. Hier ist das total kiesiger Boden hier. Aber das ist cool. Die hat sich echt einer Mühe gegeben. Das hier rein zu machen. ist das hier. Das ist das. 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 ganz geil der Trail. Aber das ist halt asozial. Also. Leute. Schaut mal. die haben hier den Weg neu gemacht. Und die Rinne neu ausgebuddelt. Damit das Wasser ablaufen kann. Da kommt der Trail runter. Und hier ist einfach mega das Loch. Ich kann da mal rein stehen. Hier. Und dann kommt da die Steilabfahrt runter. Ich weiß nicht ob man da eine Chance hat. Das im Nassen hier so zu überleben. Oder so runter zu fliegen wie der Holger. Ich konnte gerade noch so bremsen. Ja. Ja. Ist so. Das ist eine Scheiße. Ahja. Grüße gehen raus an Leo Kast. Truthahn ist am Start. Alter. Okay. Asozial. Nein. Ich bin aus dem Klickpedal raus. Das müssen wir nochmal machen. Das Ding hier ist echt scheiße gemacht. Ich war aus dem Schalten. Nein. Das ist voll geil eigentlich. Weil du da umsetzen kannst. Halt. Aber ich bin aus dem Pedal raus gerutscht. Ja. Jetzt hat das geklappt. Ja. Jetzt hat das geklappt. Das ist sehr verrückt. Das ist sehr verrückt. Kleine. Ah ok. Ah ganz lässig eigentlich. Ok. Den kann man springen hat er gesagt. Dann spring ich den mal. Ja. 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 Das sind saukool die Trails hier. Krass oder Scheiß. Krass Mann. Das ist geil. Oh cool. Boah krass wie es da runter geht. Ah ja, ok Ok, geil Ah ja, der kommer søen hinterret for sig Der kann man hoch anfahren und ganz easy rum Wallride Hipjump Hilfe Okay Okay Wenn man sich nicht auskennt Ah Ah Geil 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 oder die zwei Tage des Wochenende aus Freiburg gefallen und es gibt für euch noch ein letztes Video in diesem Jahr, das ist das nächste oder im letzten Jahr, eigentlich schon 2019, das ist dann das Abschlussvideo für 2019 und dann geht's los mit Videos aus dem neuen Jahr und genau, bis dahin hoffe ich, dass wir uns dort wiedersehen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin, macht's gut Leute haut rein, ciao